Hi, ich bin Nero Zimmermann, 13 Jahre alt, Klassensprecher und Silber III in League of Legends. Ich weiß, ich seh aus wie 14. Und das hier ist meine Generation. Generation A. A für asozial. Unbegrenzte musikalische Möglichkeiten. Jahrhunderte der auditiven Kunst immer und überall abrufbereit. Und was hören wir? Und wir wollen mitmachen. Märchenrap? Und damit willst du die Gangster-Szene aufmischen? Als ob du jemals etwas reißen wirst. Alle erfolgreichen Gangster-Rapper waren früher mal Pfadfinder. Pfadfinder Today, Gangster-Rapper Tomorrow. Und was ist der Plan? Wie verkauft man Rap-Musik im Internet? Bam. Okay, das ist der asozialste Gedanke, den du jemals hattest. Ich hab gehört, dass sie Klicks verkaufen. Was? Klicks verkaufen. Egal wie assi, wenn das klappt, können wir uns eh nirgendwo mehr blicken lassen. Regel Nummer 1 des Songs. Kein Wort über den Song. Dicke, dann kennt ja gar keiner unseren Song. Mero, vertrau mir einfach. QR-Code? Really? Zieh das an. Das zieh ich nicht an. Komm schon, wir brauchen nen Wolf. Das ist ein fucking Fuchs, alter. Und es geht los. Wie viele Streams willst du kaufen? Ja. Schon 21 Leute haben sich unseren Song angehört. Mit einem Schlag in den Top 10.000 der Streaming-Charts. DJ Iman spielt heute euren Shrek. Die ganze Schule wird da sein. Wie sieht's aus? Hast du Bock auf Party? Das ist er. Mein Moment. Jetzt kann nichts mehr schieflaufen. Jo, ist der Nero zu Hause? Willst du meinen Bruder hauen? Was? Nee, ich hab sogar ein Geschenk hier. Insider-Märchen aus dem BAM-Shop. Verpiss dich. Kai, der Hacker hat sein Geld noch nicht bekommen. Fuck, er hat alles geleakt. Was denn? Alles auf deiner Cloud. Yo, Ticker. Dein Dickpack trendet gerade auf Twitter. Was geht? Die ganze Stadt hört euren Märchenbeat. Ihr müsst jetzt mehr liefern. Wir müssen größer denken. Jede Woche einen neuen asozialen Song auf Spotify. Aber wie? Wir haben drei fucking Tage, um ein fucking Biet zu schreiben und haben keinen fucking Plan. Scheiße, keine Ahnung. Du bist ein Barück. Ein Barück würde ich nehmen. Wer ist da? Mach mal auf, wie ist eure Mutter? Was? Mach mal auf jetzt. Ich weiß, ihr seid allein zu Hause. Was soll das heißen, ihr habt meine Kohle nicht? Wir haben was besseres. Du bekommst drei Prozent von allem. Aber nur, wenn ich dann eine coole Rolle in eurem Video haben darf. Ähm, nee. Du kommst hier niemals rein. Auch nicht in hundert Jahren. Egal was wir sagen. Nein, du kannst dir die Mühe sparen. Kommst hier niemals rein. Wir wollen dich hier nicht haben. Egal was wir sagen. Nein, du kannst gleich nach Hause fahren. Da sind Team Guys, rennen allein zu Hause. Lelelelelele. Lelelelelelele. Ich geb mich einfach als seine Mutter aus. Lelelelelele. Lelelelelelele. Da sind Team Guys, rennen allein zu Hause. Lelelelelele. Äh, wir, wir rappen. Märchen. Doch, doch, genau. Ab jetzt kommt jede Woche ein neuer Song auf Spotify. Team Guys, rennen leicht verdaut. Lelelelelele. Lelelelelele. Mache Klingelstum, jetzt mach mal endlich auf. Lelelelele. Lelelelelele. Lelelelelele.